guten tag hier ist der gusua mit einer ganz ganz kurzen folge das wollte ich euch vorstellen und zwar sagte mir mr apple gamer aus meinem clan sagt mir guck doch mal da und da vorbei und zwar sagt er dir mal in den clan die alten affen da findest du einen mit level 400 400 100 ist schon eine ziemlich krasse nummer so wenn man sich den jetzt anguckt sagt man ja gut okay ja der ist oben titan 1 okay alles gut aber level 400 ich meine ihr wisst ja selber es gab ja dann ewig viele videos über den oh ja brendon oder sowas hieß er doch mit mit level 300 und ja das was halt einfach irgendwo nicht dazu passt also ich dachte zuerst auch naja so wenn man es so anschaut hier infernos 1600 auch nur zerstört aber dann habe ich das einfach mit anderen verglichen habe auch sagen können okay wenn ich jetzt zum beispiel pacman angucke der ist jetzt momentan eins platz eins mit 5944 der hat auch irgendwie 1800 entfernos zerstört das ist so okay aber ganz ehrlich der unterschied ist einfach mal der der pacman hat einfach mal level 151 und nicht 400 da ist ein kleiner unterschied dazwischen so und dann ja was kann dann noch sein klar er kann abartig viel gespendet haben aber 243.000 ist natürlich aller ehren wert ganz klar aber ich habe auch ja knapp die hälfte und ich bin nicht bei level 400 also von daher ist das schon ein bisschen krass was oder wie findet ihr das sagt ihr das ist gecheatet oder irgendwie gemacht und dann die frage die wie hat er es dann gemacht das würde mich mal interessieren was ihr davon haltet wie gesagt wenn ihr so eine sachen immer wieder mal sehen sehen wollt dass ihr sagt oh da und da ist der und der in dem und dem clan oder ihr habt irgendwas ganz besonderes entdeckt schreibt mir in die kommentare hier wie sieht es denn aus kannst du darüber ein video machen oder sowas so eine krassen sachen finde ich richtig richtig mega nice ja wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da das wäre eine coole nummer und ihr haut mal rein bis dann ciao